Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem weiteren Insta-Live mal wieder hier auf dem Open Your Spirit Kanal und liebe Grüße. Man sieht es diesmal nicht wie in den letzten Insta-Lives in der Kulisse aus Mexiko. Wir sind jetzt gerade noch eine weitere Woche hier, bevor es dann wieder zurück nach Costa Rica geht und ich sehe schon die ersten Leute kommen heute mit gerade rein. Heute bei uns zu Gast ist der liebe Kelvin Hollywood, wie schon bereits in der Instagram-Story angekündigt. Kelvin kenne ich von 2019. Wir haben gemeinsam mal geshootet, als ich noch in der Bodybuilding-Zeit, in der Bodybuilding-Szene unterwegs war, meine Wettkämpfe gemacht habe und wir dort miteinander shooten durften. Und jetzt ist natürlich seitdem sehr, sehr viel passiert und wir haben mal gesagt, wir stecken mal die Köpfe ineinander, 30 Minuten und sprechen mal ein bisschen live. Ich glaube, ich sehe schon, der ist gerade hier mit dabei und ich glaube, jetzt musst du mir noch eine Anfrage rausschicken oder ich dir, lieber Kelvin. Schon loslegen. Schön, dass das Ganze funktioniert. Hey, das ging aber schnell. What's up? Einen wunderschönen guten Tag. Ja, seitdem ist viel passiert. Seitdem ist eine Menge passiert. Wann war das denn? Du hast ein Bad, Navid, du hast ein Bad. Und du hast den gleichen Bad wie damals. Was hat sich denn bei dir verändert? Oh Gott. Zu viel, gell? Da hat sich einiges verändert. Hey. Ich habe eine Menge Muskeln verloren seitdem, auf jeden Fall. Hast du? Ja, ja, klar. Ja, aber du bist immer noch in shape, oder? Ja, aber wir haben ja mit dem Bodybuilding dann auch irgendwann aufgehört und unser Weg hat es dann ja eine ganz, ganz andere Richtung dann auch gegangen, als wir mit Mike dann auch die super erfolgreiche Saison dann 2019 hatten und dann sind wir ja auch Profi geworden und so weiter und so fort. Und dann hat sich aber von Einschlag auf den anderen so ein bisschen was verändert, denn wir sind, und das ist auch so das Thema des heutigen Gesprächs, mega cool. Ich habe mich nämlich so ein bisschen vorbereiten wollen auf das Gespräch heute und dann waren wir gerade aus der Abreise von Costa Rica nach Mexiko. Wir sind jetzt gerade in Mexiko, noch eine weitere Woche, dann geht es vielleicht zurück nach Costa Rica. Und dann bin ich mal ganz zufällig in ein Insta-Live von dir hineingerutscht. Ich war gerade auf dem Weg zum Flughafen und dann bin ich da gerade reingerutscht, auch zufällig wieder. Und das, was ich da gesehen habe, ist, dass du gerade mit jemandem gesprochen hast und das beschreibt auch so ein bisschen diesen Werdegang, den Lisa und ich dann auf einmal so eingegangen sind. Und zwar hast du auf einmal über so Telepathie gesprochen und wie du an jemanden gedacht hast und die Person, die hat dir auf einmal geschrieben oder irgendwie sowas in der Richtung. Und genau diesen Part, das waren vielleicht zwei oder drei Minuten, die ich da miterlebt habe, aber die habe ich auf einmal mitgehört. Und dann habe ich gesagt, krass. Ich rede eigentlich nie über so etwas. Ja, schau mal. Wie kam das, dass du jetzt darüber gesprochen hast? Ah, weil in den letzten Tagen da einiges passiert ist, wo ich gedacht habe, das kann ich nicht mehr ignorieren. Sehr gut. Und das ist genau das Thema, worüber ich heute mit dir gerne reden wollen würde, wenn du Bock drauf hast. Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, worüber könnte ich mit Kevin reden. Ja, in den letzten zwei Jahren, was ist passiert? Wie geht man businessmäßig vielleicht auch mit der Covid-Pandemie um? Der psychologische Aspekt, etc., etc., etc. Aber dann habe ich auf einmal zufällig, und da hast du das erste Mal über dieses Thema gesprochen, über diese Konnektivität zwischen Menschen, die man mit dem Auge aber nicht sehen kann. Wir sagen ja auch immer, wir haben ja jetzt gerade Wi-Fi mit unserem Handy oder Bluetooth-Signal, aber wir können das mit den Augen nicht sehen. Das heißt, irgendwas ist im Raum, aber wir können es nicht wahrnehmen. Und warum soll das zwischen Menschen nicht auch vorhanden sein können? Und das fand ich halt einfach mega, mega cool, dass du dann an diesem Punkt mal darüber gesprochen hast. Vielleicht magst du nochmal kurz zusammenfassen, was da hinter dieser Erfahrung bei dir steckt. Willst du da allgemein auch vielleicht mal sagen, was so in den letzten Wochen oder Monaten oder wann auch immer, in welchen Zeitraum bei dir, was abging, was du nicht mehr ignorieren kannst? Jetzt wird es deep. Open your throat ist immer deep, mein Lieber. Ein nettes Hallo an alle, die hier gerade reinschauen. Na ja, ich glaube ja schon immer, dass das mich etwas begleitet. Also ich habe schon immer Glück gehabt und wie auch immer das man nennen mag. Und da ich ja auch jetzt schon seit 16 Jahren in der Kultur lebe, in der asiatischen Kultur. Ich lebe mit meinen Schwiegereltern zusammen. Wir leben sehr asiatisch alles. Und da ist das mit dem Glauben und mit dieser Verbundenheit und Ritual und was es da alles gibt, ist man da eh ein bisschen aufgeschlossener. Und ich habe halt vor ein paar Wochen einen Mönch besucht, einen buddhistischen. Ich habe schon öfter, war ich bei einem buddhistischen Mönch. Aber ich habe noch nie die Möglichkeit gehabt, mit ihm mal länger zu reden, mit einem Interview, was ich durchgeführt habe. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass die Kanäle ein bisschen offener sind, wie sonst. Und ja, also viele stempeln die Dinge als Zufall ab. Und ich glaube, wenn man offen ist dafür, dass man dann erkennt. Erkennt, was andere als Zufall abstempeln. Und ich habe irgendwann angefangen, diese Erkenntnisse vor zwei Jahren aufzuschreiben. Also die Dinge, wo man sagt, das war jetzt ein heftiger Zufall. Und die habe ich demagischen Namen gegeben. Paracle. Also eine Mischung zwischen Miracle und Paranormal. Paracle. Und habe dann angefangen, so Tagebuch zu führen. Und dann irgendwann versteht man. Irgendwann erkennt man. Und wenn man erkennt, kann man es auch einsetzen. Und was halt jetzt vor ein paar Wochen war, ich habe halt bewusst an eine Person gedacht und habe dann zu Andreas Drienbacher, der ja auch Fitnessathlet ist, habe ich gesagt, mich würde es jetzt nicht wundern, wenn sich diese Person meldet. Und dann ist das halt eingetroffen. Mich hat es jetzt schon ein bisschen überrascht, aber es ist halt nicht so hart. Also meine Message ist, je mehr man sich denn öffnet und beobachtet und wahrnimmt und reflektiert, umso mehr erkennst du, umso mehr geht es dann auch zu so einer Art Realität oder man nimmt es halt an. Ich habe das auch in meinem Leben. Ich finde das richtig schön, dass du darüber redest, weil du hast ja auch eine gewisse Reichweite und hast ja auch Menschen, die du erreichst. Und ich habe vor einem Jahr gesagt, dass diese Themen, wie damals vor fünf Jahren, haben alle über Veganismus gelacht. Und ich sage, dass diese Themen in fünf Jahren viel, viel Mainstreamer sein werden. Oder Mainstreamer sein werden. Oh ja. Und deswegen, ich meine, wir haben Open Your Spirit damals gegründet, gerade als Lockdown-Zeit war. Und trotzdem ist Bedarf da und trotzdem erreicht es halt eben Menschen mit diesen Themen, weil unsere Kernessenz mit unserer Arbeit ist ja, Menschen an dieses wahre Potenzial ihrer selbst auch wieder heranzubringen. Also was können wir Menschen eigentlich als sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen? Denn was gibt es noch für Sinneswahrnehmungen, die wir vielleicht in unserer westlichen Gesellschaft nicht beigebracht bekommen haben? Was gibt es für Fähigkeiten, die wir noch abrufen können und dann mit in diese digitale, schöne neue Welt, die wir uns geschaffen haben, einbringen können, um eben das Ganze miteinander zu verbinden? Du musst ja jetzt nicht der Mönch sein, der auf einmal irgendwie in einem Kloster dann jetzt sitzt und den ganzen Tag meditiert und sagt, ich mache das jetzt so. Sondern ich finde, die Kunst ist das eben mit der Zeit zu gehen, aber trotzdem diese Fähigkeiten auch abzurufen und das mit dem Technischen, was wir heute haben, zu nutzen. Wie Prinz das damals schon gesagt hat, der hat gesagt, guck, dass du den Computer benutzt und nicht der Computer dich benutzt. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir am meisten gerade achten sollten. Und diese Paracl-Moments, wie du die gerade beschreibst, die habe ich in meinem Leben täglich aktuell, seitdem ich diese Kanäle geöffnet habe, wenn man das so formulieren möchte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gewöhne mich nicht dran. Also es ist jedes Mal halt so dieses, es verschlägt einem die Sprache. Und ich frage mich halt, gibt es irgendwann so einen Moment dran, wo man sich daran gewöhnt? Oder haben einfach die letzten Jahre der Konditionierung in meinem Leben oder in unserem Leben, wo uns beigebracht wurde, dass wir eigentlich nichts außer das sind, was wir jetzt sehen, sind die so krass glaubensmäßig manifestiert worden, und dass wir unser ganzes restliches Leben jetzt noch immer wieder in diese Schluckauf-Momente kommen, wo wir sagen, krass, was geht hier jetzt eigentlich gerade ab? Das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann sogar das noch bewusst für sich selbst zu verrenden. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist in einem asiatischen Haushalt und mit deiner Frau und so weiter und so fort und auch mit der Kultur dahinter. Warst du schon immer mit diesen ganzen Sachen konfrontiert worden, mit diesen übernatürlichen Dingen, die man mit den Augen nicht sehen kann? Oder kam das jetzt erst in der letzten Zeit? Naja, also ich habe schon gemerkt, dass ich in meinem Leben immer Glück hatte, also dass schon so krasse Dinge passiert sind, sehr komische Zufälle, aber dem schenkst du ja keine Beachtung. So, ne? Ist halt so gewesen. Und erst als ich dann so auch in dieser buddhistischen Kultur war, wo man ja auch dran glaubt und meine Family stellt das Essen raus für die Geister in Anführungszeichen und so, und ich denke schon, oha, oder ein Haus wird gereinigt und ein Mönch kommt bei uns vorbei und das darfst du nicht tun und so. Und da habe ich schon gedacht, dann öffnet man sich dem halt, wird ein bisschen aufgeschlossen, aber ich bin immer noch ein sehr rationaler Typ, also heute noch. Ich brauche für alles irgendwie Beweise. Aber wie gesagt, wenn man sich dann so mit der Zeit öffnet und mal so ein bisschen reflektiert und auch mal offen ist für andere Lehren, gerade außerhalb der westlichen Welt, in anderen Ländern ist das normal, weißt du so, aber in dieser westlichen Welt ist alles so, das kann nicht sein und wenn man sich dann mal öffnet, dann erkennt man es schon. Ich finde es halt immer wichtig, dass man nicht so sehr abdriftet, egal in welche Welt, man kann in die Business-Welt extrem abdriften und süchtig werden, kaputt gehen, man kann in die Fitness-Welt sich verlieren, man kann sich in der Persönlichkeitsentwicklung verlieren, in der Spiritualität und ich finde immer, dass man sich halt nirgendwo verliert, zumindest nicht langfristig, gerne phasenweise. Und jetzt bin ich halt gerade, merke ich halt, ja, also, guck mal, du lädst mich ein zu so einem Talk, ich habe noch nie über solche Themen im Livestream gesprochen, ja. Wieso kommst du jetzt? Wieso bist du jetzt plötzlich da? Dann bin ich jetzt am Wochenende auf einem Event gebucht, da geht es auch um Spiritualität, zum ersten Mal seit zwölf Jahren Speaking, also ein richtiger Job so, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Wo kommt das jetzt plötzlich alles her? Aber mich wundert es nicht so extrem und zu deiner Frage, ob wir uns noch weiterhin wundern werden, ich glaube, wie du schon sagst, ich bin der gleichen Meinung in ein paar Jahren nicht mehr, weil wir es akzeptieren und ich habe auch neulich einen Post gemacht und war wirklich erschrocken, wie viele das annehmen. Ich habe gedacht, jetzt kommen bestimmt ein paar und sagen, ja, du Spinner, Calvin, zumindest auf Facebook, niemand. Und ich denke, krass, was ist denn los zur Zeit? Sehr viele scheinen offen für sowas zu sein. Und das Krasse ist halt einfach, dass die Medien das ja nicht kommunizieren. Die Medien sagen ja genau gegenteilig. Die Menschen, die sind unbewusst und versuchen ja irgendwie einen Spiegel darzustellen, der ja immerhin auch nur einer Halbwahrheit entspricht und man sich halt eben selber dann fragen muss, was möchte ich denn jetzt glauben und was möchte ich leben? Also das, was ich persönlich wahrnehmen kann, ich meine, das ist ja genauso, wie wenn sie sagen, in Mexiko sterben die Leute gerade wie die Ameisen. Ey, die ist jeden Tag Party in Tulum. Ohne Ende. Keiner fragt dich nach einer Maske, keiner fragt dich, ob du geimpft bist oder nicht. Das interessiert keinen. In Costa Rica dasselbe. In Deutschland ist gerade in den News, sagen sie, in Costa Rica alles dicht, 1G-Regelung wird kommen, etc., etc. Wie willst du eine 1G-Regelung bei einem Restaurant machen, was aus Blech und Holz gebaut ist an irgendeiner Seitenstraße? Da haben die mit Sicherheit keinen QR-Code-Scanner, wo du mit einer Datenbank verbunden bist und die schauen können, ob du geimpft bist. Also das kriegst du gar nicht umgesetzt. Du hast ja ja mehr Dschungel als Land, als gebautes in Costa Rica. Und da einfach mal so ein bisschen nachzudenken. Und das, was ich gerade einfach mitbekomme von meiner Bubble, in der ich stecke, wenn ich das so formulieren möchte, ist, dass eigentlich immer mehr Menschen gerade so sich mit sich selbst verbinden und immer mehr hinterfragen, was eigentlich gerade ist, sich selbst hinterfragen. Warum bin ich so, wie ich bin? Warum habe ich diese Gewohnheiten? Warum habe ich diese Glaubensmuster? Warum denke ich so? Warum fühle ich so? Wo kommt das her? Okay, Erfahrung und Erziehung aus meiner Vergangenheit und vielleicht auch ein bisschen Genetik, was mit einspielt. Aber Erfahrung und Erziehung macht den größten Pass aus. Okay, was hätte damals in der Vergangenheit anders laufen müssen, damit ich heute ein anderer Mensch wäre? Und wie kann ich dann gegebenenfalls nachjustieren mit dem Bewusstsein heute, um gewisse Programmierungen aus der Vergangenheit aufzulösen, um mich weniger zu limitieren oder zu behindern im Leben? Und das ist das, was ich aktuell immer mehr bei Menschen beobachten kann. Dafür bin ich absolut dankbar und erfüllt von Kopf bis Fuß, wenn ich sowas sehe, dass das Menschen immer bewusster werden und sich immer mehr mit sich selbst auseinandersetzen, auch vielleicht mal eine Meditation probieren und mal schauen, okay, wenn das Menschen machen, über 100 Jahre lang, stundenlang am Tag, wenn ich mal jetzt zu einem Prozent einfach mal glaube, dass da ein bisschen Wahrheit hinterstecken könnte und einfach mal mit Offenheit rangehe, was passiert dann? Und das mit allen Sachen, ob das jetzt Achvergaben sind oder weiß ich nicht, mit Palo Santo oder mit Salbei irgendwie die Wohnung auszuräuchern, etc., etc. Es gibt ja all diese Dinge und einen Teil davon haben wir auch in unser Leben mit integriert, weil sich das energetisch gesehen einfach richtig anfühlt. Und ich finde, lass uns das, was ich einfach gerade beobachten kann. Wie ist das denn aus deiner Perspektive? Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass jetzt gerade durch Corona und alles die Leute gesehen haben, wie schnell im Außen etwas wegbrechen kann und wie wichtig es ist, im Innen stabil zu sein und die Antworten auch eher im Innen zu suchen. Ich denke mal, da haben ganz viele gesehen, auch worauf es wirklich ankommt. Und da habe ich halt auch die Veränderung gemerkt. Wie gesagt, wie sich viele mit befassen. und ich glaube auch, dass in der Zukunft das ein oder andere vielleicht besser erklärt werden kann, dass auch die rationalen Typen hier und da überzeugt werden, wenn die Wissenschaft irgendwann mitzieht. Aber ja, es wird so bleiben, dass das Gehirn viele Dinge nicht verstehen kann und dann versucht man halt irgendwelche Gründe oder es abzuwehren oder so. Aber die Menschen werden offener werden, definitiv. Kennst du diesen Film, die Prophezeiung von Sel? Ja. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Prophezeiung von Sel? Das ist ein schönes Buch. Und ich habe so den Film gesehen. Da gibt es auch Hörbuch und so. Und da wird ja auch so, wird ja einer herangeführt im Sinne von Storytelling. Das ist alles sehr, sehr spannend, ja. Ja, es ist ultra interessant zu beobachten gerade. Und was ich halt auch bei mir halt immer feststelle, und ich denke, so bist du ja auch, umso mehr man sich ja verändert, gerade als selbstständige Person, desto mehr integriert man dann ja auch immer so, oder hat man das Bedürfnis danach, die Dinge, die man selbst erfahren hat und von denen man dann überzeugt ist, in seine Arbeit mit zu integrieren. Also, ich habe ja damals als Trainings- und Ernährungscoach zum Beispiel angefangen und dann kamen auf einmal so geistige Themen, dann hast du mal einen Podcast von dem Cave in Hollywood gehört oder von dem Tobias Beck und von Gedankentanken und so weiter. Und dann hat sich da auf einmal irgendwie eine neue Tür geöffnet und dann ging es auf einmal noch eine Ebene weiter und dann sind wir halt auch sehr krass mal ins Spirituelle tief rein, wo wir auch heute noch sind und auch zum Beispiel mit Pflanzenmedizin arbeiten und so weiter und so fort, um eben bewusstseinserweiternde Zustände auch zu erzeugen. Und dann habe ich halt eben gemerkt, dass umso mehr ich mich verändere, desto mehr ist auch das Bedürfnis da, diese Veränderungen in meine Arbeit mit zu integrieren, weil das ist ja die authentischste Form der Selbstexpression. Wenn ich das, wovon ich wirklich felsenfest überzeugt bin und nicht nur des Geldes wegen bei dem einen Schema bleibe, wo ich die ganze Zeit geblieben bin, sondern dann einfach alles auch auf Kopf stelle und sage, nö, das ist jetzt meine Realität und das möchte ich jetzt an den Mann bringen und wer Bock hat, kann kommen und wenn nicht, halt eben nicht. Wie beobachtest du das bei dir und kannst du dir vorstellen, dass dein beruflicher Werdegang vielleicht auch sogar in den nächsten Jahren in diese Richtung gehen kann, wenn wir sagen, das wird Mainstream in fünf Jahren? Ja, da sprich dir was an. Da bin ich jetzt gerade in der, also ich bin jetzt in der Woche in Dubai mit meinem Inner Circle und werde im Anschluss so ein paar Tage dranhängen, wo ich immer sehr gerne mal, wie so eine neue Findungsphase, also es wird eine Rolle spielen in der Zukunft. So viel ist klar, ob ich es jetzt mit reinbeziehen würde, um das auch zu lehren, dazu habe ich zu wenig Grundlagenerfahrung. Im Moment ist es so, wie damals bei mir mit Photoshop. Ich habe mit Photoshop unheimlich viel praktisch gemacht und ich konnte Dinge machen, das war der Wahnsinn so. Und dann kamen andere und sagen, oh, lass mich daran teilhaben. Und ich sage, pass auf, du hast doch immer eine Verantwortung, wenn du etwas weitergibst. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich so mit Grundlagen und alles zu befassen. Und ich rede schon drüber, aber ganz, ganz selten im Moment, weil ich da selber erst noch tief reingehen will. Aber gut, ich könnte es vorstellen, ich habe mein Leben immer nach dem orientiert, wo ich am meisten bewegen kann. Früher war es dann so, will ich irgendwann mal weggehen und sagen, ich habe vielen Leuten Photoshop beigebracht oder lieber, ich habe vielen dabei geholfen, ihr Business aufzubauen. Dann war es das Zweite. Wer weiß, vielleicht komm jetzt irgendwann mal, willst du gehen und sagen, du hast vielen Leuten geholfen, ein Business aufzubauen oder sie glücklich werden. Man weiß nicht, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall weiß ich halt, dass ich in puncto Lebensqualität viel zu erzählen hätte. Man vergleicht ja auch ab und zu mein Terminkalender ist immer leer. Ich kann jeden Tag machen, was ich will. Also in dem Punkt bin ich schon gut im Vorausrennen, aber immer klären. Erst wenn ich auch die Basics alle drin habe und gerade jetzt in der Welt, wo du wahrscheinlich mit Lisa noch deutlich weiter drin bist, gibt es gerade für mich noch viel zu entdecken, viele Grundlagen. Ich habe jetzt die letzten drei Tage drei Bücher gelesen, davor schon zehn Bücher verschlungen in allen Bereichen. Ob das jetzt Chakrens sind, ob das Geistführer sind, ob das Auren sind, ob das Heilung ist. Ich gehe im Moment überall rein und es gibt viel zu entdecken und es ist geil, Schüler zu sein und zu erfahren und wer weiß, wo ich in die Reise gehe. Ja, das ist, was ich halt auch bei vielen und auch bei mir beobachten konnte, als es so um das Thema Spiritualität ging. Erstmal finde ich es mega cool, dass du so offen bist und dass du sagst, Ja, aber das fühlt sich für mich sehr komisch gerade an. Was? Ja, das so, ich meine, hier sind ja auch einige jetzt von mir da drin und so und die meisten sagen immer, geil, dass du das Thema ansprichst, aber ich muss sagen, es geht mir noch nicht so einfach von den Lippen darüber zu quatschen. Dann musst du es öfter machen. Ja, also schon, ich bin, ich versuche ja, ich will ja offen dafür zu sein, aber es ist ja am Anfang so, ja, mal gucken und ein bisschen vorsichtig noch und so weiter, aber bisher ist das Feedback cool und deswegen habe ich jetzt auch am Wochenende auf ein Event zugesagt und werde da auch mal so ein bisschen leicht in eine andere Richtung gehen zum ersten Mal in einem Steaking. Ich finde das, ich finde das richtig schön, dass du das machst und ich bin mega, mega dankbar, dass du das tust. Wie gesagt, ich bin randomly in 30 Sekunden deines Insta-Lives reingerutscht und habe nur diesen einen Satz gehört und dadurch ist dieses Gespräch jetzt hier heute überhaupt entstanden und das ist halt so dieser Flow des Lebens, wenn man sich so hingibt und wenn man sich einfach so treiben lässt und die Dinge auch bewusst wahrnimmt, weil vieles passiert ja auch eigentlich und wir nehmen das gar nicht bewusst wahr. Viele Zeichen, die jeden Tag stattfinden, die für jeden eigentlich präsent sind. Du musst nicht 20 Bücher gelesen haben und 1000 Podcasts gehört haben, das ist so dieses Brain Masturbation, damit du irgendwann diese Dinger wahrnehmen kannst, sondern das kann jeder in jedem Zeitpunkt in seinem Leben, weil er einfach Mensch ist. Und das hat nichts irgendwie damit zu tun, dass man irgendwie noch mehr lesen muss, weil wir können noch so viel über Chakren und so weiter und so fort lesen. Ich bin selber Maschinenbauingenieur, also ich bin auch sehr auf Zahlen, Daten und Fakten fokussiert. Wenn ich etwas nicht erfahren habe oder keinen expliziten Beweis habe, dann glaube ich dir gar nichts, so auf gut Deutsch gesagt, ganz streng genommen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich brauche halt diese eigene Erfahrung und deswegen habe ich gesagt... Aber warte, darf ich ganz kurz zwischenrein, David, weil du hast gerade was Wertvolles gesagt. Ich würde es ganz kurz nochmal wiederholen gerne, weil es hat mir heute Morgen auch jemand gesagt, der Mann von der Anita, der ist auch so energetischer und der hat was gesagt, das hast du eben gerade schön gesagt, die Erfahrung bestätigt, nicht das angeeigte Wissen. Und du hast gerade gesagt, wenn du selbst die Erfahrung machst, man muss selbst die Erfahrung machen, das ist eigentlich der beste Beweis weiterzumachen und was du in Büchern liest, das ist die Ergänzung. Aber was du gerade gesagt hast, ist halt schön so, man muss eine Erfahrung machen, du willst die Erfahrung machen und dann kriegst du die Erfahrung und dann wirst du bestätigt und dann kannst du weitermachen. Dann geht es weiter in die nächsten Schritte. Ja, da fällt es mir letztens in der Meditation, tatsächlich, ich habe das vor zwei Tagen am Frühstückstisch hier besprochen und zwar, wir sind ja auch mit unserem Open Your Spirit Team hier und einige aus unserem Team sind mit dabei und reisen mit uns und die Coaches und Leute, die hinter Open Your Spirit auch stecken, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen Teambuilding machen und Strukturen und Prozesse auch optimieren, aber auch uns als Team noch besser kennenlernen und aneinanderschweißen, damit wir, weil wir über so tiefe Themen sprechen, das noch besser auch nach draußen transportieren können und die Leute halt auch abholen können. Und dann halte ich in einer Meditation eine Erkenntnis und was wir machen, ist, wir frühstücken, zusammen essen, zusammen auch Abend und so weiter und bringen halt unsere größten Erkenntnisse Reality-Check-mäßig auch so ein bisschen zusammen. Und das, was ich so für mich so, ich war zum Beispiel als Kind noch nie auf einem Freefall Tower beim Movie Park oder beim Phantasialand und ich wollte es immer machen, aber ich habe mich nie getraut und als ich dann erwachsen war, war ich nie auf solchen Sachen, weil so Menschenmengen und so weiter irgendwie auch zu viel, gerade wenn du in diese Energiearbeit gehst, dann suchst du auch gezielt aus, wo du dann auch hingehst, weil das dann auch überladend ist und da habe ich es nicht gemacht. Und jetzt würde mich zum Beispiel jemand fragen, Navid, wie glaubst du, ist das für dich auf dem Freefall Tower zu sein? So, dann gibt es diese eine Stimme in meinem Kopf und wir sind ja viele in unserem Kopf, die dann sagt, ja, das könnte so ungefähr sein, ich bin schon mal auf Fallschirm gesprungen, könnte vielleicht so ein bisschen sein, wie beim Fallschirm springen oder wie wenn du mit dem Auto so ein Hubbel runterfährst und dieses Kribbelgefühl im Bauch kommt oder irgendwie sowas, aber ich habe es noch nicht erfahren. Das bedeutet, mit meiner Aussage frame ich meine Person gegenüber und erzeuge irgendwelche Bilder und Realitäten und Wahrheiten, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Das heißt, wenn mich jemand danach fragt, Navid, wie ist es auf dem Freefall Tower zu sein, sage ich in Zukunft keine Ahnung, weil ich habe es nicht erfahren. So, vielleicht würde ich eine Gegenfrage stellen, willst du wissen, wie ich glaube, wie es zu sein vermag, dann kann ich dir was dazu sagen, aber ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht erfahren und zwischen Wissen und Weisheit steckt ja im Endeffekt immer die Erfahrung. Weisheit ist ja angewandtes Wissen und wir haben in dieser Welt, in der wir gerade leben, noch zu viel Wissen und zu wenig Weisheit, was früher, vor Jahrtausenden von Jahren, eben andersrum war. Die hatten sehr wenig Wissen, haben aber damit sehr, sehr viel Weisheit kreiert, weil die Intuition auch einfach noch mit reingespielt hat und das war so eine Erkenntnis für mich auch nochmal, wenn mich jemand was fragt in Zukunft, wovon ich wirklich keine Erfahrung habe, dann halte ich auch einfach mal die Klappe und versuche nicht den Klugscheißer zu spielen, der jetzt irgendwie philosophisch versucht, jetzt irgendwie was zu erklären, wovon er eigentlich irgendwie gar keine Ahnung hat und dieses sich einzuladen, die Erfahrung zu machen, das kam halt bei mir durch den Wert Offenheit, den ich sehr stark manifestiert habe. Das bedeutet, wenn ich weiß, es gibt Menschen, die trinken irgendeinen Trunk mit einem Dschungel, Ayahuasca genannt, und sind auf einmal mit ihrem Unterbewusstsein verbunden und mit der Welt und alles ist eins und das gibt die Natur einem und sie erfahren auf einmal übermenschliche, wenn man das so nennen will, Erfahrungen, dann denke ich mir, okay, da kommen täglich Leute raus, die sterben nicht davon, die können nicht süchtig davon werden, ich rede mit denen, die sind klar im Kopf, denen geht es gut, die sind glücklicher denn je, glücklicher als Leute, die das nicht gemacht haben teilweise, die Leute, die es zumindest bewusst anwenden, dann denke ich mir, okay, dann probiere ich es mal aus, ich bin offen und ich gehe so ein Wagnis in meinem Leben mal ein und das war auch noch mal so eine Erkenntnis, wir Menschen dürfen mal wieder mehr Wagnisse eingehen in unserem Leben, also da war letztens so ein Video bei Instagram, so ein Reel, wo so ein Interview war von so einer alten Frau, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp geben und sie hat gesagt, ich würde sagen, geh mehr Risiken ein, hör auf die ganze Zeit irgendwie so nach Sicherheit zu streben und geh mehr Risiken ein und das war auch wieder so dieses Commitment, ja, geh mehr Wagnisse ein, weil wir haben nur dieses eine Leben und Zeit ist sowieso relativ, der eine wird mit 20 Millionär, weil der Business Coach bei dir war, stirbt aber mit 25, weil er zu viel Drogen genommen hat und mit dem Druck und mit dem Stress nicht klarkam und der andere findet sich erst mit 50, wird aber glücklich und erfüllt und lebt bis er 90 ist mit seinen Enkelkindern und Kindern und das finde ich halt einfach so schön, das so für sich zu betrachten und den Dingen einfach mal wieder eine Chance zu geben, dich zu attachen. Weißt du, was ich das meine? Auf jeden Fall. Zum Abschluss lässt er nicht mal lernen. Also ich bin ja überhaupt kein risikofreudiger Typ, aber genau das, was du sagst, habe ich mir so ein bisschen auf die Stirn geschrieben und das beste Beispiel ist das hier, wo ich jetzt gerade drin bin. Ich meine, du warst ja auch in meinem alten Office, das war jetzt auch nicht klein oder so, aber ich war jetzt vor einem halben Jahr in Dubai und es hat echt Überwindung gekostet, aber ganz wie Jochen Schweiz erst vor ein paar Tagen gesagt hat, es ist total risikoreich, heutzutage kein Risiko mehr einzugehen und ich habe dann während Corona habe ich mir dann hier diese Räumlichkeiten, übrigens auch wenn du jetzt nicht mehr im Bodybuilding bist, aber hier habe ich sogar mein eigenes Gym, so mit dem ganzen Workout-Bereich hier hinten und so weiter, aber das war ein Risiko, in einer Zeit mit Quarantäne, mit Maske, einen Ort zu schaffen, der offline basiert ist und daran zu glauben, dass die Leute später wieder hierher finden, aber das gehört dazu, man muss ja nicht übertreiben im Risiko, man kann ja ein Grundrisiko eingehen, aber das muss so kribbeln, das muss so kribbeln, da muss da drin so Leben drin stecken, du musst so einen Respekt davor haben, aber nicht übermütig werden und da ist dann der Wachstum, ja. Absolut, dieses Kribbeln im Bauch, da habe ich auch heute noch mit einem Kunden von mir darüber gesprochen und zwar, das war auch noch eine tolle Erkenntnis, das habe ich auch irgendwo mal gelesen und das hat so krass mit mir resoniert, in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile so, dass die Menschen Angst, gespannte Erwartungen mit Angst verwechseln, das bedeutet, kleine Navid ist vom Freefall Tower und ist eigentlich voller gespannter Erwartungen und möchte da eigentlich drauf, aber das, was er halt von Grund auf, aufgrund von einer undienlichen Erziehung oder einem undienlichen Umfeld beigebracht bekommen hat, ist das sofort mit Angst zu verwechseln und abzustempeln und in eine Schublade zu stecken und dieses Kribbeln im Bauch, diese ersten Male, die wir immer wieder erleben, das ist doch im Endeffekt das, was das Leben so lebenswert macht, wo wir mal wieder ganz leicht ins Ungewisse gehen, wie bei mir jetzt in der letzten Zeit sind so viele ungewisse Dinge passiert, ich bin ausgewandert, bin ein digitaler Nomade geworden, reise um die Welt, habe mehr Pflanzenmedizin genommen denn je und ich hoffe, also ihr seht, dass ich klarkomme und auch mein Leben führe und selbst, wer selbstständig bin, meine Frau habe, mein Team habe und wir tolle Dinge jeden Tag machen und jetzt sogar noch, und das war auch Zufall, Kevin, also ich habe es mir nicht ausgesucht, wir sind in Costa Rica angekommen und wir haben zehn Minuten weit weg gewohnt von einem Schamanen mit einem riesen Healing Center und ich habe mir das nicht ausgesucht, aber ich hatte immer eine innere Stimme in mir, die immer dachte, ich möchte mehr in die Richtung Schamanismus gehen und mich damit so auseinandersetzen und ich habe ein Airbnb gebucht mit einem Dschungel Costa Rica, unser erster Stop nach Mexiko dann und es war mitten im Dschungel, da sind nur Bäume, nichts anderes und auf einmal zehn Minuten zu Fuß ist ein Schamane mit einem riesen Healing Center und dann haben mich ein, zwei, drei Leute irgendwie dann in der Umgebung immer wieder angesprochen, ja, warst du eigentlich schon mal im Pfeilsaal, warst du eigentlich schon mal im Pfeilsaal, ja, nee, war ich nicht, ich kenne nur Rhythmia hier, das ist so ein riesen Ayahuasca Healing Center, wo ganz viele Stars, auch Mike Tyson und so weiter hingehen, was übelst krass halt in den Medien auch gepusht wird von dem Gary, wo das Ganze gebaut wurde, so ein Milliardär, der damals irgendwie in Drogen sich verloren hat und dann Ayahuasca getrunken hat und dann gesagt hat, okay, krass, ich muss das jetzt in Costa Rica hier bauen und ich kenne nur Rhythmia, auch vom Mishajan jetzt, fünf Tage Ayahuasca gemacht und ich kannte nur Rhythmia und das war vier Kilometer von uns entfernt und auf einmal sind wir mit dem Schamanen in Kontakt gekommen und wie es scheint, bin ich irgendwie eine 15 Jahre jüngere Version von ihm oder 20 Jahre jüngere Version von ihm, wir haben dieselben Ängste, dieselben Gelüste, dieselben Dinge, die wir lieben, also alles ist gleich, mega spooky, so dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, ich möchte, dass du bei mir eine Zeremonie buchst, weil ich habe gesagt, ich suche einen Mentor und das, was ich in Deutschland einfach sehe, das befriedigt mich nicht, das befriedigt meine Seele nicht, nicht das, was ich gerade irgendwie brauche und dann hat er gesagt, okay, bevor wir aber über Mentor sein und so weiter reden, möchte ich, dass du bei mir eine Zeremonie buchst und ich dich erstmal auf ehrlichstem Wege, authentischstem Wege kennenlerne und du lernst jemanden auf authentischstem Wege kennen, wenn er bei dir eine Zeremonie bucht und das Ego mal für ein paar Stunden deaktiviert ist und du dann eben diese Pflanzenmedizin trinkst und gesagt, getan, ich habe das bei ihm gemacht, hatte zwei Zeremonien bei ihm und das hat danach so resoniert, dass er gesagt hat, okay, Navid, ich möchte nur dein Commitment haben, dass du hier in der Nähe bleibst und ich bringe dir alles bei, was ich weiß, ohne dass du mir was zahlen musst, sondern du bist einfach nur da, kommst, beobachtest und stellst an den richtigen Situationen die richtigen Fragen und dann war halt eben bei mir die Stelle, die Frage, möchte ich das machen, neben Open Your Spirit, jeden Morgen sechs Uhr aufstehen, Morgenroutine, dann meiner Arbeit nachgehen, Mentoring, Calls, etc., etc., etc. und dann um 15 Uhr dann rüber zu gehen ins Sealing Center und dann da eben mit der schamanischen, psychologischen Arbeit weiterzumachen, bin ich gerade bereit dafür, mich auch hier an Costa Rica zu committen und da bin ich für mich reingegangen, war ein Jahr und so wie die Zufälle sich das dann eben wieder gefügt haben, ging es dann eben da jetzt so vorwärts und jetzt sind wir hier in Mexiko, weil er in Kanada seine Familie besucht und ab dem 9. November geht es halt eben dann da wieder weiter und so fügt sich so das Leben und ich finde es einfach unfassbar spannend und bin dankbar, dass man, wenn man endlich mal aufhört, sich die ganze Zeit festhalten zu vollen und wenn man sich mal fließen und treiben lässt, so wie du das genannt hast, ich ziehe irgendwie mein Leben lang Glück an, vielleicht hat das einfach was damit zu tun, dass du mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehst und Glück ist ja nichts anderes, als wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft, also vielleicht hast du dich auch einfach immer intuitiv gut vorbereitet auf alles. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, das richtige Umfeld, die richtigen Bücher gelesen. Ja. Es hat mich mega gefreut, heute mit dir jetzt so ein halbes Stündchen mal so darüber zu sprechen und vielleicht auch deiner und unserer Community mal so ein paar Insights auch aus dieser Welt mal zu geben und mal zu schauen, wie das Ganze ankommt. Die Leute können dich ja mal ein bisschen per Direct Message bombardieren und dir mal Feedback dalassen, wie die diese Version von Kevin mögen, diesen Anteil in dir, den du da noch auslebst. Wie gesagt, es sind ja viele in uns drin. Ich habe auch noch den Bodybuilder-Navid in mir, ich habe auch noch den Party-Navid in mir, ich habe auch noch den, keine Ahnung, Schwiegersohn-Navid in mir und den spirituellen Navid in mir und alles sollte einfach in Balance ausgelebt werden, damit wir gesund sind. Und ja, ich würde mich da sehr freuen, wenn wir da vielleicht in Zukunft auch noch mal das eine oder andere Mal zueinander finden können und solche offenen, ehrlichen und authentischen Gespräche finden können. Ganz bestimmt. Nächstes Mal habe ich da einen kräftigeren Bart oder du keinen mehr. Ich bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht. Der bleibt. Der bleibt jetzt erstmal noch für die nächste Zeit. Aber mal schauen. Sieht auch super aus. Dankeschön. Dankeschön von Herzen. Du siehst auch super aus. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Dankeschön für deine Zeit. Es hat mich mega gefreut, mit dir zu sprechen. Es war mir eine Ehre. Gruß an Lisa. Mach ich, mach ich und dir noch einen schönen Abend, schöne Zeit und bis bald. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Dankeschön. Ciao, ciao.